... ... Manchmal gibt es Dinge, die kann man am Telefon nicht regeln. Wie zum Beispiel bei Andreas. Dann reden wir auch nicht lang um den heißen Brei herum, sondern kommen persönlich vorbei. Marcel Davies, 1&1 Hallo! Ab sofort werden sich mein Team und ich persönlich um ihre Fragen kümmern. Und wir gehen erst wieder, wenn Andreas seinen Kaffee getrunken hat. Mein erster Eindruck, als ich Marcel Davies gesehen habe, hochniesige Zicker. Und gefällt dir alles, oder gibt's dir irgendwas? Wenn Sie bei 1&1 einen DSL-Vertrag abschließen... Halt, stopp! Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird hier nichts dran rütteln, egal ob du hier bist und nicht. Wenn Sie mit einem Produkt nicht hundertprozentig zufrieden sind, verbessern wir es. Ob es hier nun passt oder nicht, das bleibt so, wie es ist. Wir glauben an unsere Produkte und möchten auch Sie durch Leistung überzeugen. Nein, das ist doch eine Schnauze! Das wird sich ja nichts ändern! Das Internet bleibt so, wie es ist! Das wird sich ja kein bisschen ändern! Internet ist sehr wichtig, damit ich das Kutschtur sehen kann. Und dann... ...